Kuck mal! Guck mal! Ineas, rein dich nicht mehr wohl ab! Geh mal doch mal, ich rauch da! Hier kämpft weiß gegen den Wettbewerb. Kommt schon, Ineas! Kommt! Weiß der Anfänger und der erfahrene Gladiator. Kuck mal! Kommt schon, Ineas, der hat doch keine Puste mehr! Kommt schon, Ineas, der hat doch keine Puste mehr! Kommt schon, Ineas! Wunderschöner Block von Ineas mit dem Knie zum Schwert seines Gegners. Eins zu eins. Ineas, das Ganze besser! Kommt schon, Ineas! 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 Versuche auf den Schwert seines Gegners auszupacken. 2 zu 1 für Ineas! Applaus Ineas, du machst dich ein, ich mach das so! 1 zu 1 fürún. 3 zu 1 für ihr in Schwert. Ineas, die sich das so ihnen macht. Ineas, die sich das so schnell auszupacken. Wir kommen ineas. Ineas, die sich das so ernst ist, ineas! Ineas, die sich das so ernst encore gibt! Ineas! Ineas, die sich das so ernst hat! Ineas, die sich das so ernst wird! Ineas, die sich das so ernst ist! Ineas! Was ist von der Osten? Der Tyro ist gut ausgerillt. Ineas hat es nicht leicht. Zur Mitte. Zur Mitte. Zur Mitte. Zur Mitte. Ugnates! 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 Sein Gegner hat mitgestochen. Von daher kein Treffer. Ein Doppeltreffer ist technisch etwas sehr Schlimmes, weil beide Klassikerpl Treasury sterben, und dankeוט ein richtiges Schraube Jim Beam. Ugnates! Ugnates! Komm weiter, komm! Wir sollen mal ein gutes Lassen weiterlaufen. Starten! Oh, du, alter Schmerzgeschmiede! Und der Lohn! Wir sollen mal geile Beine dabei! Wir sollen mal gut entscheiden, wenn wir nur die Woche kriegen. Und er hat diese Technik. Schützt dich mit deinem Schirm und sticht deinen Gegner von mir los. Wir sollen mal gut entscheiden, wenn wir nur die Woche kriegen. Viel Spaß! Wir sollen mal gut lijken!